Perfekte Stelle hier mit dem Lead. Got a run. Okay, wo sind wir denn? Syr, abblassen können. Im Technical Level, oder? Lass mir mal vorrennen, dass ich ausrenne. Ja, das ist gut. Okay, wir müssen das Lead doch ausmachen, ist zu laut, sonst. Rollt den hin, Medic. Okay. Ich folge euch einfach. Hey, mach doch auf. Aber hier wird gefährlich, Junge. Ab jetzt, High PvP Area. Hey. Hey. Ich check gar nichts mehr, wo seid ihr? Oh, unten, wo man zweite rufen kann. Ey. Alter, warum breached die alle Türen? Hör mal, wenn die alle zu machen. Callt ihr den Aufzug, oder? Gehen wir hoch? Ich lass erst hochgehen, Matt. Normal, oder? Ja. 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 Ich komm gleich mit, Alter. Ja, ich komm auch einfach mal mit, keine Ahnung. Das weiß ich. Alter, warum hör ich überall Steps, Alter? Hast du Stream Sound an? Boah, den machst du jetzt schon auf? Das ist aber mutig. Ich hab die Mission. Ach so. Gönn dir die Sims. Gönn dir die Sims. Gönn dir alle die Sims. Da gehen sie rein, wie die Ratten, Alter. Zack, zack, Alter. Alle müssen nur klicken aus jeder Ecke. Klick, klick, klick. Ey, die Sims hab ich gesagt, nicht die Jacke. Ach so, möchtest du extra nur Drubel? Äh, ist einer von euch schon hier irgendwo Office in der Nähe? Ich geh zum Manager Key rüber. Ja, okay, okay, okay. Warte mal, hat jemand 3PTG oder Meldoni? Hast du? Ja, Schlatti kriegt das Meldoni und das 3PTG, das ist klar. Äh, AHF1 und Mool. Ah, ich schieße eh auf niemand, ich hab gar keine Waffe mitnehmen. Da waren sonst eine Sims, wir hatten sonst noch so. Ich hab zwei Stück. Hier, warte mit mir. Ich hab mir, okay. Ich hab einen in der Tasche. 3PTG hab ich einen. Ja, den brauch ich. Ja, den kannst du ja gleich absnacken. Kriegst du auch meinen, kriegst du auch den Mule dafür, den ich auch. Ja, alles kein Stress, kein Stress. Äh, wo ist denn jetzt hin? Guck mal, äh, wichtige Frage Jungs, ist einer von euch in der Nähe vom Roten? Nein. Okay. Dann werde ich da jetzt wahrscheinlich jemand töten oder selber sterben. Wie ist da jemand? Ich glaub ja. Hast du grad geredet? Ich hab geredet. Okay. Äh, russens Brote. Ich hab hier fast überhaupt nur den Überblick. Bei Pferde, der Uppgang da. Wo auch der Pferde ist. Ich mach jetzt den Motor auf. Ich glaub, da ist einer drinnen. Vielleicht sterb ich jetzt, Jungs. Sag ich euch so wie das. Kannst doch kurz warten, bis ich komm. Okay. Ne, hier ist keiner. Ja. Wollte eigentlich auch gar nicht. Ich versuch mich grad zu orientieren. Wo bist du denn? Du bist doch nur vor dem Matt-Ding. Ich zeig jetzt hier unten die Kugel, Alter. Ledex. Ich komm mal jetzt auf Matt, weil, ich hab keine Ahnung. Pass aber nie auf Labs. Einmal. Ja, wo sind die ganzen Spieler hier? Ich sag da, Alter. Sproak, Alter. Echt jetzt. Die erzählt, Alter. Ja, 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 okay. Geht's jetzt, Jörg? Zeig mal, wo du das Ledex von unten hast. Äh, in der Kugel. Auf dem Fass. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das immer das mit gleiche Fass ist. Ich würd immer alle checken. Also ich glaub, du checkst eigentlich alle. Da gibt's drei Ledex-Borns. In diesem Zelt. Auf dem Boden, auf dem Fass und neben dem Fass. Got a run. Ich check mal Facebook, Jungs. Etg. Etg. Etg brauchst du noch, oder? Hat grad jemand Glas kaputt gemacht? Etg, ja. Ja, ja, ich bin Facebook reingegangen. Das ist der Grüne, ne? Etg. Äh, diese Facebook-Büro, der Blaue. Ich hab drei BTG. Braut das jemand? Äh, äh. Meldonin. Und das auch? Ja, dann. Komm mal her. Ich bin bei der Ledex-Gruppe. Äh, Party, bestell es. Ich bin hier. Dann komm mal mit. Wenn wir mal ein bisschen orientieren, ich... Keine Ahnung. Danke. Wenn du willst, dann können wir uns auch treffen. Dann können wir eine Runde laufen, dann zeig ich dir einmal alles. Gibt die... Gibt die Chico, der braucht die noch. Der Chico. Ah, war Waffentest-Bereich? Ich. Okay. Hier ist der Waffentest-Bereich. Okay. Ist leider leer. Äh, Raider gespawnt. Wo seid ihr? Beim Waffentest-Bereich. Ah, das ist einer von euch hier, ne? Ah, ist ein Raider. Ne, ist ein Raider. Okay. Was? Oh ja, der schießt. Von oben. Hallo, das bin ich. Das bin ich. Ich hab was krasses für euch. Hier, Patrick. Ja. Nice. Jetzt zieh ich mich da oben. Zwei Raider da oben. Zuerst im Call-Fack oben. Ja, warum? Dabei. Noch mehr? Ja, ich check halt, wenn da nicht mehr, wo ich... Ich weiß, dass ich überhaupt nicht schießen soll. Das Problem hätte ich grad auch, ja. Ich hab einen Raider tot. Oh Gott. Der wollte mich flashen. Ja, Mann. Ich bin sogar, wüsste. Ich versuch, den zu flanken. Da oben. Bist du hoch und rechts? Na, oder wie? Das sind alle oben, gell? Ich bin oben. Ich geh jetzt auch hoch. Nein, die sind unten noch. Einer ist überm schwarzen. Habe einen. Kurz sortieren. Ich glaube, wir müssten jetzt tot haben. Wer läuft da gerade auf Holz? War ich. Ja, das sind... Ich auch. Ich auch. Okay. Den hab ich da. Hier liegt noch einer. Hier liegt noch einer. Das bin ich. Halt die Fresse. Ah, fuck. Ich hab meinen Call-Fack nicht auf. Ich hab mich erschossen. Oh, oh. Ja, ich wollte nur Looting XP. Niko, wo bist denn du? Ich bin tot. Hä? Wo bist du gestorben? Nein, du darfst nicht sterben. Äh, da wo wir uns getroffen haben, Uwe. Ich hab meinen Call-Fack 3xC gefunden. Da musst du aufpassen. Da steht ein Radar noch. Ich würde nur nachher die, äh, die Dings snacken. Die, äh, Super. Von dem... Warte mal. Ist doch hier doch ein Spieler, oder? Nicht? Wir haben jetzt neu. Wie gilt die eigentlich mit Armband? Also mit einer einheitlichen Farbe? Ja, mit Gelb. Okay. Nee, ist alles vor ein Inraid. Hä? Okay. Den hab ich gekillt, übrigens, gell? Ja, warte mal, dann... Das ist nicht mal gelogen. Ja, nee, dann hier. Kannst du alles haben, kannst du alles haben. Ich wollte nur den XL haben. Braucht ihr meinen Parathos-Rucksack? Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n flackten Arm. In der RFB nehm' ich mir Egan weg, also. Und kann dem Essen nicht heilen. Ist irgendwas falsch mit mir? Wenn er geblackt ist, musst du ihn ja CMSen. Ja, möchte ich grad' machen. Okay. Nico, wo bist du gestorben? Unten irgendwo? Äh... Facebook. Wenn dir das gesagt... Ich hab'n Nico schon tatsächlich geloodelt. Okay. Ich hab'n mal die AS2 mitgenommen, die... Kann ich wieder bringen. Joa... Joa... Danke. Auf geht das? Ich sah einen Raider, der mich getötet hat. Er sah legend genauso aus wie Uwe. Ähm... Ich loot hier die Tasche. Aber dadurch, dass ich das... Werde ich's hab', würd' ich echt dann raus, Alter. Dann geh' raus. Die zwei... Stims, Alter. Ja, komm' wo der Stims ist. Uwe, das bist du... Ich hab' hier noch einen Stim und ich. Ähm... Mehr hab' ich nicht. Ich brauch' schon ne rote Kugel. Ja. Ach, Balthasar. Danke. Wer läuft denn da grad rechts? Bist du... Jusek, Balthasar? Ich brauch' schon nen Parathus. Da liegt nen Parathus. Aber ich glaub' Tricep ist besser. Ich hab' kein Tricep. Ja, sonst lass' raus und ähm... Nochmal ne Runde mit Nico, oder? Wenn der Bock hat. Äh... Ich hab' immer noch keine zweite Lepsgefahr. Ah, müsste gehen. Was können wir hier alles looten, ey? Ja. Kommt hier, oder wo seid ihr? Bist du das, Jörg? Ja, ja. Ja, dann lass' mich mal vorgehen. Nett, dass du jetzt mit nem Lettix hier stirbst. Guck mal hier noch was. Hier ist ja schon alles gelootet. Ja, Jörg, komm mal zur Aussicht. Ja. Komm schon, Jörg. Also hier oben ist quasi Paradies. Ja. Ja, aber lass dich davon nicht blenden. normal ist hier richtig PvP am Start. Ja, kannst auch von ausgehen, da irgendwo in der Окke noch irgendwo ein, zwei Leute versteckt dochen. Oh mein Schfat. Ne. Ist zwar, aber letztes Mal schon genauso. Hier ist einfach niemand. Nicht mal, nicht mal, du findest nicht mal einen Daffel der angelootet wurde von uns, also nicht von uns so Na aber sobald die zwei, drei Aufzuggeräusche da durch die Map gehen, das Leute raus sind, dann kommen sie aus allen Ecken, glaub man Wir haben Aufzugseiten, ja Ein Standard, wo man aktivieren muss Ah, den haben wir ja schon aktiviert, oder? Ne, haben wir noch nicht Ne, haben wir noch nicht Unter Matic-Bereich Wollen wir noch mal her, ich hab ne Kiekau Oh Gott Wollen wir, wo ist es jetzt hin? Hier Den Aufzug aktiviert, oder? Hä, wo ist es? Hier Oh Gott, wir hatten ja noch einen coolen Rucksack, wenn du ihn mitnehmen möchtest Ja Entweder wir gehen jetzt bis raus, oder wir bleiben noch raus Äh, wir sind aber noch bis und bleiben Soll ich noch mal hochkommen, oder? Ich hab schon einen anderen guten Rucksack Na, ich geh auch mit raus Ich bin eh schon voll übergewichtig Kannst du mir, Marvin Ich hab auch schon Also, dann bitte für die Stimms